Eilmeldung, nichts geht mehr. Aus gut unterrichteten Kreisen berichtet der Spiegel, dass die Bundesregierung und die Länder sich auf eine Verlängerung bis zum 18. April des Lockdowns geeinigt haben. Was angesichts der gestern bereits durchgesickerten Überlegungen keine wirkliche Überraschung ist, verdeutlicht nur die Konzeptionslosigkeit der Bundesregierung. Diejenigen, die bis zuletzt gehofft haben, bald wieder in ein normales, selbstständiges Leben zurückkehren zu können, werden nunmehr erneut überfahren und stehen erneut vor dem Nichts. Dieses psychologische Auf und Ab macht die Menschen kaputt. Dieses psychologische Auf und Ab, diese Hoffnung auf Besserungen und herbe Enttäuschung führt dann dazu, dass die Akzeptanz der Maßnahmen sinkt und sinkt und sinkt. Und das Schlimmste daran ist, nach wie vor, es ist kein langfristiges, kein geeignetes Konzept vorhanden. Warum die Bundesregierung und die Länder nicht einfach einen vollständigen und ich meine wirklich einen vollständigen Lockdown für drei Wochen durchführen, meiner Meinung nach wäre dies weniger invasiv als die dauernden Auf und Abs, die alle, wirklich alle Hoffnung und alle Selbstständigkeit zumindest nachhaltig schädigen oder zerstören. Eine Zukunftsvision der ausgelaugten Angela Merkel und ihrer Ministerpräsidenten-Kollegen ist nicht in Sicht. Deutschland steht, obwohl am Anfang in der Pandemie eigentlich sehr gut, nunmehr konzeptions- und führungslos da. Was aus Deutschland, was aus Restaurants, was aus Einzelhändlern werden soll? Darauf hat bisher niemand eine Antwort und es scheint in der Diskussion der Politiker auch kein wirklich relevanter Aspekt zu sein. Nun kann man wieder den Menschen für ihre Unvernunft die Schuld geben und damit vom eigenen Fehlverhalten ablenken. Die nächsten Maskenprovisionen stehen dann sicherlich auch vor der Tür.